Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Laymania, juhu, yeah, es ist soweit. Das Update ist da, das 1.1 ist da, wir haben jetzt den 2. Juni und das Update kam am 1. Juni, jo, und das heißt Laymania ist jetzt umgezogen, jo, genau. Das bedeutet also, alle Spieler, alte Spieler, die auf Laymania drauf waren und wieder drauf sein möchten und spielen hier, die müssen sich jetzt bei mir melden. Eine Freundschaftsanfrage schicken bei Xbox. Die ersten haben das auch schon getan und waren auch schon drauf. Jo, es sind auch schon einige andere Einladungen schon rausgegangen. Und natürlich sind alle neue Spieler auch herzlich willkommen bei uns auf Laymania. Jo, die müssen sich bewerben denn bei Twitter, bei mir oder bei der Lane. Wie gehabt, das geht alles so weiter, nur dass der RAM eben umgezogen ist, ne. Alles andere ist alles so wie gehabt. Jo. Und ihr seht schon, ich hab mein richtiges Texturenpack nicht. Da ist noch kein neues Update dafür. Musst mich jetzt erstmal was anderes suchen. Für den Übergang. Jo. So sieht's hier bei uns aus im Augenblick. Wie gesagt, Update ist da. Laymania ist wieder online. Und es können sich alle wieder bewerben. Alte Spieler, neue Spieler. Mal gucken, wie das wird. Ne. Wie gesagt, Freundschaftsanfrage schicken zu mir. Auf Xbox. Und ansonsten über Twitter. Zu mir oder zur Lane. Eine Anfrage schicken. Ist ganz egal. Kommt beides an. Jo. Dann freuen wir uns. Auf die Nachrichten von euch. Und auf die Kommentare natürlich. Ne. Und ich muss gleich noch dazu sagen. Die Monster sind wieder an. Die Creeper sind wieder da. Alles läuft wieder. Ne. Jo. Mehr gibt es im Augenblick nichts. Äh. Zu sagen. Ich werde jetzt demnächst sicherlich nochmal wieder ein neues Video machen. Nächste Woche bestimmt. Jo. Ansonsten. War es das eigentlich hier. Von dem Infovideo. Das Le Menia wieder online ist. Ganz gut überstanden hier. Alles da. Alles funktioniert. Jo. Habt ihr eben gehört. Klapperjurist. Klapperjurist. Klappert auch rum. Ja. Wie gesagt. Alles wieder. Picobello hier. Bleibt alles beim Alten. Nur. Ihr müsst euch jetzt wieder neu bewärmen bei mir. Das ist der einzige Unterschied. Ne. Jo. Ansonsten dann. Bis demnächst sage ich. Vielen Dank wieder fürs Reinschauen. Ne. Und ich warte auf eure Antworten, Kommentare, Spielanfragen. Jo. Gut. Dann bis demnächst. Tschüss. Tschöi. So. Die Sonne geht auch unter. Dann werden wir mal in unsere Bude reingehen hier. Zack. Ah. Wird schon finster. So. Dann werden wir uns mal gleich ein bisschen aufs Ohr hauen. Zack. Jut. Tschüss.